Simon, wir machen jetzt schon länger Telefongottesdienste und mir gefallen die auch richtig gut, aber trotzdem würde ich gerne auch irgendwas machen, wo man auch was sehen kann. Hast du Hannes dabei an sowas wie Videogottesdienste gedacht? Ja genau, warum sollten wir das nicht mehr machen? Meinst du, das bekommen wir als Gemeinde hin? Ach, auf jeden Fall. Das kriegen wir schon zurecht. Lass uns mal. Wenn du das sagst, dann habe ich mal Vertrauen. Ich würde sagen, wir packen es an. Also liebe Gemeinde, wir feiern bald Videogottesdienste mit euch und wir freuen uns schon riesig darauf. Die ersten vier Termine sind schon geplant und weiteres können wir uns auch schon vorstellen, wenn das gut angenommen wird. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und mitfeiert. Bis dahin. So, wir lassen uns mal die Schäden. Voll die Schäden. Das geht so. Ich glaube, ich muss es nicht mehr richtig machen. Schaunsch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020